es und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Koffe zu verkaufen und die Pferde hat es wieder mit einer Runde starte aber es ging habe ich einfach mal spontan aufgenommen mal gucken wie die Runde wird ich habe auch letztens gesehen bei Chef Factory da gibt es eine neue Funktion die Slow Motion die wird wahrscheinlich in dieser Folge öfters auftauchen mal gucken wo ich sie anwende hier steht schon mal 2 0 ich spiele mit den Nomad oder Nomad die meisten sagen halt nochmal mit neuen Stieglein einstieg ist eigentlich die Fähigkeit ist manchmal gut manchmal ziemlich schlecht man kann einfach ein Doppelkill machen also man wird kann einfach zuerst werden zwei Kids für den Gegner und das passiert so schnell deswegen ist es nicht immer so gut aber manchmal überlebt man es wir werden es wahrscheinlich noch sehen anna ist wie viel steht es 4 0 keine Ahnung wo auch alle dieses Sattel Schuss gerade ausgewichen wie das so um unsere Waffe die Kuda ich habe gemerkt so gut nice Vorräte in Bereitschaft Vorräter haben wir schon mal aber ich setze hier noch nicht ein ich habe Angst dass sie mir geklaut werden da hinten war jemand ah der ist schon links über alle Berge so so mal gucken ob wir die waschen können würde mich echt freuen und klappt's ja man nice so meistens sind sie dann auch noch hier am rumgammeln wo auch ein dieses Kanzler hat das so gestorben okay gut dann und wo auch weiter ab es gibt es darum um wo das gilt das sind Geil, wir haben einen Hellstorm, setz dich gleich mal ein. Aber erstmal will ich eine Sicherheit wegen diesen scheißen Donner-Collen. Okay. Fühlt doch gar nicht so schlecht aus. Ah, da hinten. So, jetzt ganz vorsichtig hier um die Ecke sneaken. Ja, keiner hier. Hier ist auch keiner anscheinend. Okay. Ähm. Ah, da ist jemand. Und da auch. Ah, da ist jemand. Und da auch. Na, jetzt sind da welche hingelegt. Ich bin echt gespannt, wie das mit der Slowmotion aussieht. Ich muss wahrscheinlich das dann so nachsprechen, so in Slowmotion, damit der Flair rüberkommt, weil meine Stimme wirklich in Slowmotion aufnehmen kann ich leider nicht. Dafür, weil ich hab noch nicht rausgefunden, wie ich den Clip richtig speichern kann und nochmal empfügen können. Und wenn wir ansonsten, würde es vielleicht funktionieren. Dann vertun es halt eben so nochmal. Da sieht man jetzt gleich, pass auf, ähm, da hat zwar länger überlebt als er, ähm, als ich sonst eigentlich, aber mal zu sehen, da hatte kaum Chance. Und jetzt fragt euch sicher, wieso ich jetzt mit der Fähigkeit spiele. Und ich will, mein Spezialist auf Goldhandel, dafür muss ich diese Fähigkeit spielen. Ähm, auf mich überleben jetzt, ja, aber jetzt ist sie zu zweit, ne, es würde nichts, die waren zu zweit. Aber ich würde sagen, hältst du am Voraus, oder? Was sind denn die? Natürlich sind die jetzt weg, dann guck ich mal, ob ich da war, ja. Ja, ey. Hö, wer, wer? Ey. Ja, verknappt. Oh mein Gott, ey. Den da hinten haben wir erwischt und dann geht es weiter. Ach du Scheiße. Ähm, Mann war das knapp. Da war natürlich am Ende den MlG Gregor am Start. Da macht sie alle platt. Dann ist Leiperschuss. Okay. Er lässt das mal runtergehen. Obwohl, hinter uns, äh, da ist sie. Boah, alter, die Reflexe. Da kommt raus. Okay, ich würde sagen, wir gehen nach da hinten hin. Da, da. Da hatte ich versucht, ihn mal jetzt auszuschalten. Null Chancen. Weil sieht man es. Null Chancen. Okay. Ich glaube, ich setze demnächst meine Vorräte ein. Ja, wir gehen jetzt nach ganz da hinten. Da sind meine Vorräte eigentlich sicher. Wenn da niemand ist. Oh Gott, ich dachte, das wäre eine fettliche Schwebeladung. Okay, gut. Boah, bitte ist etwas Gutes, etwas Gutes, etwas Gutes, etwas Gutes. Geschütz. Naja, ist okay. Vielleicht kann ich es ja gleich einsetzen. Oh, da hinten ist jemand. Bam. Haha. Perfekt Timing, würde ich sagen. Äh, ja. Okay. Okay, nur noch zwei Kills. Oh, boah, ich hoffe, ich kriege den Last Kill. Finden wir es heraus und... Wow, da ist jemand. Erwischt. Oh, scheiße im Haus. Geben ihm wir etwas zurück hier. Bam. Bäm. Last Kill. Yeah, Mann. Yeah, Mann. Es gibt jetzt nochmal eine End-Slow-Mo. So, schauen wir uns das mal an. Oh, Alter. Da habe ich ihn gut erwischt am Ende noch. Ich würde sagen, das war eine schnieke-stricke-Runde, oder? Wie viel steht's? Ja, ich bin erster. Bam. Erster. Richtig geil. Leg dich nicht mit mir an, Freundchen. Aber da würde ich... Oh, 25.3. Da würde ich sagen, das war's dann mal wieder mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Gregor.